Was ist das für euer Sternzeichen? Freundinnen und Freunde der Astrologie, zwei astrologische Großereignisse stehen im Mai auf dem Programm. Glücksplanet Jupiter macht Mitte Mai einen ersten Schritt ins Zeichen Fische und bleibt dort bis Ende Juli. Und am 26. Mai haben wir eine Mondfinsternis. Was das für euer Sternzeichen bedeutet und wie eure Tendenzen im Mai aussehen, darum geht es in diesem Video. Herzlich Willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. In diesem Video wollen wir über eure astrologischen Tendenzen im Mai sprechen. Und die Timecodes, wann euer jeweiliges Sternzeichen dran ist, findet ihr unten in der Videobeschreibung unter dem Horoskope-Shop. Bevor ihr jetzt gleich zu eurem Sternzeichen springt, gibt es aber hier noch wichtige Informationen zu den besonderen Konstellationen des Monats mit Glücksplanet Jupiter und einer Mondfinsternis. Und außerdem habe ich noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von den übrigen Planeten ab, von den Konstellationen eures individuellen Horoskops. Und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope. Denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Beim Sternzeichen deuten wir ja nur die Sonne bzw. den Aszendenten. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Wie geht es euch mit der Zeitqualität? Ich beobachte im Austausch mit meinen Freundinnen und Freunden und Klientinnen und Klienten, wie bewundernswert die meisten sich zurechtgefunden haben und trotz Covid-bedingter Krisen und Einschränkungen doch Mittel und Wege finden, sich zu behaupten und sich weiterzuentwickeln. Meine Freundin Annette Meisel aus Köln zum Beispiel, ihr kennt sie aus meinem Lilith-Buch oder auch als Autorin des provokanten Buches Fünf Männer für mich, ist Sternzeichen Waage. Und sie hat in den letzten Monaten einen neuen Roman geschrieben. Mein Geschäftspartner von akasha.de, wo es meine Sternzeichen-Kolliers gibt, ist Jungfraugeborener. Er und sein Team haben den ganzen Online-Shop komplett überarbeitet und kundenfreundlicher gestaltet. Ist wunderschön geworden, könnt ihr gerne mal besuchen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und so haben sich viele angepasst und ihren Service auf die Situation eingestellt. Andere haben mutig ganz neu angefangen. Die Welt verändert sich, ein neues Zeitalter ist angebrochen. Und das ist häufig nicht angenehm und auch nicht einfach, aber es bringt offenbar in vielen Menschen das Beste hervor. Am 12. April hatten wir einen sehr kraftvollen Neumond im Widder und rund um dieses Datum habe ich jede Menge gute Nachrichten gehört. Neue Verträge wurden unterzeichnet, Leute haben eine neue Stelle angetreten, eine neue Liebe gefunden oder wichtige Lebensentscheidungen getroffen. Wie geht es euch in diesen Zeiten? Ihr könnt mir hier oder auch auf Instagram oder Facebook gerne posten, welche Erfahrungen ihr macht und wie ihr das Beste aus der Situation macht. Unter den schönsten Beiträgen verlose ich in diesem Monat ein persönliches Geburtshoroskop. Näheres zur Verlosung erfahrt ihr im Service-Teil am Ende des Videos. Und hier ist meine Gewinnerin aus dem April. Einen persönlichen Vitalstatus gewonnen hat Frau Einblatt, Jungfrau mit Fischer-Ascendent. Herzlichen Glückwunsch! Bitte melde dich hier bei uns unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse, damit wir dir deinen Vitalstatus zusenden können. Jetzt schauen wir uns die wichtigsten Konstellationen im Mai an. Auch dieses Jahr werden wir wohl auf den Tanz in den Mai verzichten müssen. Das heißt aber nicht, dass wir die Energie dieses besonderen Göttinnen-Festes nicht zelebrieren und ehren können. Nur eben nicht im großen Rahmen. Aber spirituell steckt eine große Kraft drin, denn die beiden Göttinnen Venus und Lilith verbinden sich in den ersten Mai-Tagen im Stier. Das ist eine tolle Energie zur Stärkung der weiblichen Urkraft, der Liebeslust, der Fruchtbarkeit und Sinnlichkeit, wie sie ja zu Beltane gefeiert wird, was wir eben als Tanz in den Mai kennen. Wir müssen dann eben ein bisschen erfinderisch sein, um sie zu würdigen. Sei es, dass man sich mit Liebespartnern Zeit für die Liebe nimmt oder dass man ein kleines persönliches Ritual vollzieht, dass man sich in einem kleinen Kreis trifft, soweit das derzeit zulässig ist, oder dass man an einem Online-Frauenkreis teilnimmt. Und es gibt auch eine schöne Zoom-Gruppe zum Tanz in den Mai im Wohnzimmer. Einen Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die sinnliche Kraft der Stierenergie wird dann nochmal vom Neumond im Stier am 11. Mai aufgegriffen und der findet in Konjunktion mit Lilith statt. Deshalb sehe ich die Konstellation als Göttinnen-Neumond. Sie enthält eine sehr starke weibliche Kraft und Energie oder, sagen wir, instinkthafte Urkraft, denn die steht ja nicht nur Frauen zur Verfügung. Wir können diese Kraft zum Neumond erwecken, indem wir zum Beispiel ein kreatives Projekt beginnen oder durch eine besonders intensive und schöne Liebesaffäre oder innige erotische Momente mit dem festen Partner oder Partnerin. Dabei ist jedoch auch persönliche Freiheit ein Thema. Wenn wir uns in Liebe begegnen, dann deshalb, weil wir uns aus freiem Willen darauf einlassen. Lilith bedeutet ja, einem Menschen furchtlos und auf Augenhöhe zu begegnen und in dieser Begegnung besondere Kräfte freizusetzen, die uns in Kontakt mit verdrängten Gefühlen und Tabus bringen können. Interessant ist, dass Pluto an der Konstellation beteiligt ist, der ebenfalls für Transformation und die Überwindung von Tabus und Ängsten steht. Vielleicht beginnen wir zu diesem Neumond etwas, was wir uns schon lange wünschen, aber bisher nicht getraut haben und nun ist es soweit. Ich bin selber gespannt, wie sich das zeigen wird, denn das Zeichen Stier ist ja an sich ein sehr vorsichtiges und bedächtiges Zeichen, das viel Sicherheit braucht. Lilith ist dagegen furchtlos und folgt ihren Instinkten, ohne viel nachzudenken. Wie wir das erleben, darüber können wir uns ja mal in den nächsten Livestreams austauschen und postet mir auch gern auf meinen Social Media, wie es euch mit diesem Neumond ergeht. Im Laufe des Monats verlagert sich die Energie mehr und mehr in die leichtfüßigen Zwillinge und das wird noch sehr wichtig, denn wir haben im Mai und Juni zwei Finsternisse in den Zeichen Schütze und Zwillinge. Am 4. Mai wechselt der Merkur in die Zwillinge und das Denken wird schneller und flexibler. Es fällt uns dann leichter, uns auf die Anforderungen moderner Kommunikationstechniken einzustellen. Am 9. Mai wechselt auch die Venus in die Zwillinge und beide bleiben dort bis Ende des Monats. Das ist nun etwas ganz Besonderes, denn die Planeten werden im Laufe des Monats alle den aufsteigenden Mondknoten in den Zwillingen aktivieren und der steht für Begegnungen mit besonderen Menschen. Wenn sich die Venus um die Mitte des Monats herum mit dem Mondknoten verbindet, ist das eine ganz besondere Konstellation für Liebe, Verbindung und Begegnung. Vom 9. bis zum 20. Mai haben wir zauberhafte Aspekte, die den Beginn neuer Beziehungen anzeigen und fördern. Mittendrin am 11. findet dann der Neumond mit der Lilith-Power statt. Also da dürfte dann in der Liebe einiges los sein, egal wie eingeschränkt wir auch immer sein mögen. Und wie sich diese Liebes-Zauber-Fee-Konstellationen und der Neumond für die einzelnen Sternzeichen auswirken, darauf gehe ich in den Sternzeichenhoroskopen gleich ausführlich ein. Mitte des Monats passiert aber noch was sehr Wichtiges. Am 14. Mai wird Glücksplanet Jupiter einen ersten Schritt ins Zeichen Fische machen. Und dort bleibt er dann bis zum 28. Juli. Ich denke, auch das wird unsere romantischen Empfindungen stark anregen und macht Lust auf Liebe und Begegnung. Außerdem ist es auch eine schöne Energie für alle, die in helfenden und heilenden Bereichen tätig sind. Denn Jupiter stärkt ihnen den Rücken. Besonders angenehm ist der Aspekt für euch, wenn ihr wichtige Planeten, den Aszendenten oder das MC im Horoskop auf ein bis zwei Grad des Zeichens Fische, Krebs oder Skorpion gestehen habt. Und ob das der Fall ist, das findet ihr heraus, wenn ihr euer Geburtshoroskop vorliegen habt. Und eins davon verlose ich ja diesen Monat. Am 20. Mai um 21.37 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge. Und das einen Tag eher, als es in den meisten Büchern steht, weil wir letztes Jahr ein Schaltjahr hatten und dadurch sind die Sternzeichendaten etwas nach vorne verschoben. Mehr Infos dazu findet ihr in meinem Video der Kalender und die Sternzeichen. So passen sie zusammen. Verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Die Sonne in den Zwillingen wird dann ebenfalls den Mondknoten aktivieren und lässt die Chancen, eine schicksalhafte Begegnung zu erleben, weiter steigen. Ebenso auch besondere Chancen durch neue Menschen, die unseren Weg kreuzen und uns Türen öffnen können. Allerdings haben wir in den letzten zehn Tagen des Monats eine emotional heikle Phase. Heikel deswegen, weil dann Täuschung und Enttäuschung und verletzte Gefühle in der Luft liegen können. Denn die ganzen Planetenkräfte in den Zwillingen bilden Spannungsaspekte zu Neptun, der ja auch vernebelnd und verklärend wirkt. Und mittendrin haben wir am 26. Mai den Vollmond mit der Mondfinsternis. In diesen letzten zehn Tagen, besonders rund um den Vollmond im Schützen, neigen wir dazu, eigene Vorstellungen auf unser Gegenüber zu projizieren und achten nicht darauf, was die andere Person wirklich denkt und meint oder sich vorstellt. Man kann dann leicht im Überschwangen aneinander vorbeireden und beide glauben dann, dass sie sich für dieselbe Sache begeistern, aber jeder hat eine andere Vorstellung davon. Es besteht auch eine Neigung, jemanden, den man neu kennenlernt, auf einen Sockel zu stellen und dann enttäuscht zu sein, wenn sich die Person als ganz normaler Mensch mit Schwächen und Fehlern herausstellt. Auch ein neues Projekt mit neuen Leuten kann davon betroffen sein, dass verschiedene Vorstellungen und Meinungen darüber im Raum stehen, die nicht klar definiert werden oder dass Gerüchte entstehen, was dann zu Enttäuschungen führt. Und wenn diese Enttäuschungen wiederum die Gefühle Beteiligter verletzen, kann das Dramen nach sich ziehen, die mehrere Wochen anhalten können. Denn wenn ein Vollmond als Mondfinsternis erscheint, wirken Gefühle intensiver und länger als normalerweise zu Vollmond. Ich erwähne das deshalb so ausführlich, weil der Mondknoten eigentlich sehr schöne Begegnungen mit großem Potenzial anzeigt. Und es wäre schade, wenn man solche Chancen aufgrund von Enttäuschungen und verletzten Gefühlen verpassen würde. Es lohnt sich also, in Ruhe an eine neue Sache heranzugehen, sorgfältig über alles zu sprechen und sich auszutauschen und offen und ehrlich miteinander umzugehen. Dies umso mehr, als am 30. Mai der Merkur in den Zwillingen rückläufig wird. Und auch das kann dazu führen, dass getroffene Vereinbarungen nochmal in Frage gestellt werden, dass Leute ihre Meinung ändern oder dass Informationen fehlen, um eine Sache zu einem Abschluss zu bringen. Und so manche Geschichte wird wahrscheinlich bis zum 22. Juni, wenn der Merkur wieder direktläufig wird, brauchen, ehe sie sich entwirren und klären lässt. Also, wenn uns etwas an einer neuen Begegnung oder einem neuen Projekt liegt, das sich im Mai ergibt, sollten wir ehrlich sein und mit offenen Karten spielen, aber auch Geduld und Toleranz aufbringen. Denn die Sache könnte Potenzial haben. Ich erinnere auch nochmal an die 90-Tage-Regel, besonders wenn Verliebtheit im Spiel ist. Drei Monate abwarten, ehe man sich tiefer einlässt, beugt Herzschmerzen und Enttäuschungen vor. Wer wichtig ist, hat auch die Geduld, eine Beziehung langsam aufzubauen. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Mai. Näheres zu den Finsternissen, die ja immer mit Vollmond und Neumond einhergehen, erfahrt ihr natürlich auch in meinen Livestreams zu den Mondphasen. Die Vollmondfinsternis jetzt am 26. Mai ist nämlich die erste eines Paares. Die zweite ist dann die totale Sonnenfinsternis am 10. Juni. Jetzt kommen wir zur Deutung der Sternzeichen im Mai und wir beginnen wie immer mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Viel Spaß! Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Im Mai sind eure Finanzen und Werte oft ein großes Thema und ihr könnt jemand Besonderes kennenlernen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von den übrigen Konstellationen eures individuellen Horoskops ab und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung im Horoskope-Shop und auf der Infokarte hier. Jetzt schauen wir in eure Sterne im Mai. Es kann gut sein, dass gleich die ersten Tage des Monats eine berufliche oder finanzielle Überraschung bringen und die kann durchaus vorteilhaft sein. Wichtig ist, dass ihr euch nicht von anderen in eure Entscheidungen hineinreden lasst, auch wenn sie es gut meinen. Wenn ihr einer lukrativen Sache auf der Spur seid, wisst ihr wahrscheinlich selbst am besten, was zu tun ist. Interessante Finanzthemen sind offenbar noch bis zum 20. Mai ein Thema und deshalb solltet ihr Geldangelegenheiten gut im Auge behalten. Möglich auch, dass sich berufliche Themen finanziell günstig für euch entwickeln, sei es, dass ihr eine Ausschüttung bekommt, die euch zusteht oder eine staatliche Corona-Hilfe oder dass ihr durch eure jeweilige Arbeit ein finanzielles Plus erwirtschaften könnt. Falls ihr Geld und Nerven übrig habt, um zu spekulieren, könnte sich das ebenfalls sehr für euch lohnen. Der Neumond am 11. Mai lenkt erneut Energien in den Finanzbereich eures Horoskops. Da solltet ihr bewusst nachdenken, welche Werte euch wichtig sind und das betrifft nicht nur das Geld, sondern auch persönliche Wertvorstellungen. Um die Monatsmitte herum kann es euch auch gelingen, ein Projekt aus Überzeugung zu unterstützen, das sich dann sogar als lukrativ erweist. Für euer Privatleben und auch euer Wohlbefinden ist wichtig, dass der Mars den ganzen Mai über durch den Krebs wandert, wo er für euch nicht ganz so günstig steht. Das bedeutet zum einen, dass ihr leichter als sonst gereizt seid und Gefühlsangelegenheiten euch aufregen können. Zum anderen, das betrifft jetzt besonders die Widder Aszendenten, kann das Querelen und Probleme in der Familie oder mit den Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, anzeigen. Möglich sind auch Schwierigkeiten in Bezug auf eure Wohnsituation, vielleicht durch eine Renovierung oder andere Ereignisse, die den häuslichen Frieden stören. Um die Monatsmitte herum scheinen manche von euch ganz besonders empfindlich zu reagieren. Das betrifft vor allem die Geborenen der zweiten Dekade. Dann kann ein Familien- oder Gefühlskonflikt oder auch ein Wohnproblem euch in Kontakt mit einem ganz persönlichen wunden Punkt bringen. Das solltet ihr dann aber nicht verdrängen oder bekämpfen, sondern euch dieser Angelegenheit liebevoll zuwenden. Dabei unterstützen euch auch Merkur und Venus. Beide sind dann in den Zwillingen, der Merkur ab dem 4. und die Venus ab dem 9. Mai. Und die stehen dann bis zum Monatsende sehr günstig für euch. In der Zeit kann es euch dann gelingen, klärende Gespräche zu führen und Probleme freundlich anzusprechen. Informiert euch doch bitte auch noch über die 90-Sekunden-Regel. Die habe ich in meinem Video über Mars im Widder erklärt. Und die gibt es auch in der Mars-Analyse zum Nachlesen. Durch diese Übung könnt ihr verhindern, dass ihr spontan aus Ärger heraus Dinge tut oder sagt, die ihr hinterher bereut. Wenn ihr nicht aufpasst, können euch solche Situationen auch gesundheitlich zusetzen. Ein Grund mehr, euch um Entspannung und Ausgleich zu bemühen. Es gibt eine kritische Mars-Phase vom 17. bis 15. Mai. Ärger und Konflikte, aber auch Entzündungen oder Verletzungen können dann eure Gesundheit beeinträchtigen. Andererseits muss man aber auch sagen, dass der Mars-Aspekt euch im Prinzip sehr willensstark machen kann und euch auch hilft, eure persönlichen Gefühle stärker wahrzunehmen. Ihr müsst halt nur schauen, dass das Ganze in konstruktive Bahnen gelenkt wird. Links mit Infos zum Mars und zur 90-Sekunden-Regel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Für die Liebe brechen ab dem 9. Mai bis Ende des Monats rosige Zeiten an. Die Venus steht dann super schön für euch und bildet besondere Kennenlernaspekte. Und Leute trefft ihr bei Gelegenheiten, die mit Lernen, Austausch, Online-Dating und Social Media zu tun haben. Weil aber auch Chiron und dessen Aspekte beteiligt sind, kann es euch durchaus passieren, dass ihr auf der Suche nach Heilung und Gesundheit einen besonderen Menschen trefft. Und wenn ihr in einer festen Beziehung seid, ist das eine Phase, in der liebevolle und klärende Gespräche auch Heilung von Beziehungsthemen bringen können. Am 14. Mai passiert noch etwas sehr Wichtiges. Der Jupiter wird für zweieinhalb Monate einen ersten Schritt in die Fische machen. In der Zeit solltet ihr, um an die segensreiche Energie von Jupiter zu kommen, öfter mal meditieren und um innere Führung bitten. Am 20. Mai um 21.37 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge und steht dann für euch sehr angenehm. Sie fördert einen regen Austausch, ob persönlich oder online. Und das nützt euch sowohl beruflich wie auch privat. Die tolle Phase, in der ihr Leute kennenlernt, kann sich dadurch noch bis Mitte Juni weiter fortsetzen. Achtet dabei auf Transparenz und Ehrlichkeit, denn Täuschungen oder Fehleinschätzungen können schmerzliche Folgen haben. Das zeigt der Vollmond im Schützen mit der Mondfinsternis am 26. Mai. Gefühlsangelegenheiten können dadurch tief unter die Haut gehen und wenn Unehrlichkeit im Spiel ist oder jemand sich betrogen fühlt, kann das noch ein monatelanges Drama nach sich ziehen. Auch die Tatsache, dass der Merkur am 30. Mai rückläufig wird, kann dazu beitragen, dass es in der Liebe und in der Kommunikation Missverständnisse und Fehleinschätzungen gibt. Und das wäre wirklich schade, denn eigentlich sind, wie gesagt, die Chancen, dass ihr einen besonderen Menschen kennenlernt, in der zweiten Monatshälfte und noch bis Mitte Juni stark erhöht. Deshalb nehmt euch Zeit, Vertrauen aufzubauen. Es lohnt sich. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Mai Geburtstag habt. Ein spannender und auch lukrativer Monat erwartet euch. Das wollen wir uns gleich näher anschauen. Vorher habe ich noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden, denn die hängen auch von den übrigen Konstellationen eures individuellen Horoskops ab und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir in eure Konstellationen für den Mai schauen und die sind anregend und manchmal auch aufregend. Die Sonne im Stier verspricht gute Vitalität und weil sie mit Uranus zusammensteht, auch tolle Ideen und viele Pläne für euer neues Lebensjahr. Gleichzeitig wird in der ersten Monatshälfte der Stressaspekt zu Saturn aktiviert, der berufliche Erfolge, aber auch Kämpfe und Hindernisse anzeigt. Es werden wahrscheinlich in den ersten Tagen des Monats viele Dinge gleichzeitig passieren, die sich nicht so leicht in eine Ordnung bringen lassen. Stellt euch darauf ein, dass Pläne sich ändern oder verzögern. Gut möglich, dass ihr davon vorübergehend aus dem Takt gebracht werdet, aber das sind dann auch Herausforderungen, die euch dazu bringen, außergewöhnliche neue Ideen zu produzieren oder Lösungsansätze zu finden, von denen ihr dann lange etwas haben könnt. Situationen, die euch in einem Moment unangenehm erscheinen, können schnell ins Positive umschlagen. Verzögerungen können sich beschleunigen und scheinbare Zufälle sich als Segen erweisen. Allerdings gilt das auch umgekehrt. Dann seid ihr vielleicht mitten auf einem Höhenflug gezwungen, ein abruptes Bremsmanöver einzuleiten. Weil aber auch Lilith und Venus bei euch im Zeichen stehen und geheime Kräfte von Pluto zugespielt bekommen, kann euch diese Phase außergewöhnlich stark und intuitiv machen. Ihr müsst jetzt wie Surfer sein, sportlich, achtsam und total im Hier und Jetzt. Dann könnt ihr von dieser besonderen kosmischen Energie profitieren, die euch Anfang des Monats beeinflusst. Und wenn ihr eure Sache gut macht, wird sich das auch langfristig günstig auswirken. Die Aprilstiere profitieren dabei von einem stärkenden Marsaspekt. Die Geburtstagskinder bis Mitte Mai haben mit den Herausforderungen durch Uranus und Saturn zu tun. Die übrigen genießen besondere kreative Energien von Venus, Lilith und Pluto. Wobei die Venus am 9. Mai weiterzieht in die Zwillinge, wie auch am 4. schon der Merkur. Und dort zeigt sie interessante finanzielle Chancen an und außerdem mögliche Liebesbegegnungen. Dazu gleich mehr. Vorher müssen wir uns aber noch den Neumond am 11. Mai anschauen. Der findet im Stier statt und ist deshalb für euch der wichtigste Neumond des ganzen Jahres. Außerdem aktiviert er die kreativen und tiefenpsychologischen Kräfte von Lilith und Pluto. Ihr solltet also den Neumond nutzen, um über euch selbst und eure persönliche Entwicklung und eure geheimsten Wünsche nachzudenken. Durch den Aspekt zu Pluto hat er auch eine sehr starke Wunschkraft und ist ideal geeignet für eine Wunschmeditation. Dabei gilt, passt auf, was ihr euch wünscht. Es könnte wahr werden. Diese Neumondphase hat magische Kräfte. Deshalb geht bitte ganz bewusst damit um. Kurz nach dem Neumond, am 14. Mai, macht der Jupiter einen ersten Schritt ins Zeichen Fische bis Ende Juli. Das ist besonders für die Aprilstiere ein erfreulicher und glückbringender Einfluss. Auch in der Liebe ist es ein spannender Monat. Die Konstellationen mit Uranus und Lilith in eurem Zeichen bringen ist mit sich, dass ihr kompromissloser seid als sonst und euer Ding durchzieht. Komischerweise scheint das aber gerade faszinierend auf andere zu wirken, die sich zu euch hingezogen fühlen. Und wenn die Venus durch die Zwillinge geht, verbindet sie sich um die Monatsmitte herum mit dem Mondknoten. Das bedeutet, ihr könnt außergewöhnliche Menschen kennenlernen und zwar besonders dann, wenn ihr euch mit Wertefragen und finanziellen Angelegenheiten beschäftigt. Personen, mit denen ihr Geschäfte macht oder die euch finanziell beraten, können jetzt besonders wichtig für euch werden und sogar als Liebes- oder Flirtpartner in Betracht kommen. In diesem Fall kann es entscheidend sein, dass ihr gleich zu Beginn Vertrauen aufbaut. Ab dem 20. haben wir nämlich Täuschungsaspekte oder es können sich Missverständnisse ergeben. Und dann kann die Gelegenheit, einen Draht zu jemandem aufzubauen oder ein gutes Geschäft zu machen, sich auflösen oder blockiert werden. Am 20. Mai um 21.37 Uhr geht dieses Jahr die Sonne in die Zwillinge und aktiviert dann ebenfalls finanzielle Entwicklungen und stark erhöhte Begegnungschancen in eurem Horoskop. Trotzdem müsst ihr sehr achtsam bleiben, denn bis Ende des Monats kann eure sonst so gute Wahrnehmung für die richtigen Werte und die richtigen Finanzentscheidungen vorübergehend gestört sein. Dazu trägt auch die Mondfinsternis im Schützen am 26. Mai bei. Besonders wenn große Gefühle, Erwartungen oder Fantasien im Spiel sind, können sich dann Missverständnisse ergeben, weil beide Parteien von etwas anderem ausgehen und dann hinterher enttäuscht sind. Am 30. Mai wird der Merkur in diesem Bereich rückläufig. Das macht die Sache auch nicht einfacher. Doch ab dem 2. Juni geht die Venus in den Krebs und bildet dann einen Glücksaspekt für eure privaten wie finanziellen Beziehungen. Es kann sich also lohnen, an einer Sache trotz vorübergehender Enttäuschung festzuhalten, denn im Juni kann sich das Blatt wieder zum Positiven wenden. Hallo, ihr zauberhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Mai Geburtstag habt. Ihr könnt im Mai eurem Seelenpartner oder Partnerin begegnen. Das wollen wir uns gleich näher anschauen. Vorher habe ich noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden, denn die hängen auch von den übrigen Konstellationen eures individuellen Horoskops ab und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt geht es um eure Sterne im Mai und die sind zunehmend spannend. Der Monat fängt vielleicht noch ein wenig Verhalten an, weil fünf Planeten beim Zwillinge-Kollektiv im versteckten 12. Haus stehen. Es kann sein, dass ihr innerlich unruhig seid und wilde Träume habt. Die Liebe spielt sich vielleicht auch eher auf einer inneren Ebene ab oder es fällt euch schwer, eure Gefühle auszudrücken. Wenn ihr aber spirituell oder psychologisch arbeitet, können diese Energien sehr anregend sein und eure Intuition für die Bedürfnisse eurer Klienten stärken. Ab dem 4. Mai richten sich eure Kräfte wieder mehr nach außen. Dann geht euer Herrscher Merkur in die Zwillinge und aktiviert eure Fähigkeit, lebhaft zu kommunizieren, sich auszutauschen und sich über Neuigkeiten zu informieren. Noch bis Ende des Jahres steht ja der Mondknoten bei euch im Zeichen und dadurch seid ihr häufig gefragt und eure Meinung gilt als wegweisend. Und nun, nach einer Phase von ein paar Wochen, in der ihr wahrscheinlich viel nachgedacht und Ideen produziert habt, seid ihr jetzt wieder soweit, Fragen zu beantworten und habt eine Vorstellung davon, wo es langgehen soll. Das ist auch beruflich sehr vorteilhaft für euch. Generell ist diesen Monat eure Vorstellungskraft besonders lebhaft und falls ihr Kampagnen plant, zum Beispiel wie ihr euch geschäftlich gut darstellen und gezielt die Bedürfnisse eurer Kunden ansprechen könnt, werdet ihr damit erfolgreich sein. Ihr habt feine Antennen dafür, was die Menschen jetzt brauchen und wie ihr es zur Verfügung stellen könnt. Beruflich ist außerdem wichtig, dass der Mars noch bis zum Monatsende im Krebs durch euer Geldhaus wandert. Das kann helfen, Gelder und Honorare zu bekommen, die euch zustehen. Umgekehrt solltet ihr auch euren eigenen finanziellen Verpflichtungen nachkommen und alle Raten pünktlich abzahlen, damit die finanzielle Energie fließen kann. Ebenfalls wichtig für euch ist, dass ab dem 14. Mai und bis Ende Juli der Jupiter einen ersten Schritt ins Zeichen Fische macht und damit euer kosmisches Karrierehaus aktiviert. Das bringt besonders für die Mai-Zwillinge berufliche Chancen, die jedoch auch auf ihre Realitätstauglichkeit überprüft werden müssen. Am spannendsten ist diesen Monat sicherlich der Durchgang von Liebesgöttin Venus durch euer Zeichen und zwar ab dem 9. Mai. Das ist toll für die Liebe, um eure Beziehungen zu pflegen, sei es geschäftlich oder privat und auch einfach, um Spaß zu haben und sich selbst was Gutes zu tun. Durch den Mondknoten sind aktuelle Begegnungen und Ereignisse aber nicht nur ein vorübergehendes Vergnügen, sondern können lebensverändernde Konsequenzen haben und zwar durchaus in positiver Hinsicht. In der Liebe könnt ihr jetzt einen besonderen Menschen kennenlernen, der in euch die Seelenpartnerin oder den Seelenpartner sieht. Beruflich können sich entscheidende Begegnungen ergeben, durchaus auch solche, bei denen ihr diejenigen seid, die das Leben anderer ganz stark berühren und verändern. Das ist ein echtes Geschenk, wenn ihr therapeutisch und heilend tätig seid. Die magischste Phase in dieser Hinsicht ist zwischen dem 10. und dem 20. Mai. Wichtig ist, dass ihr bei neuen Begegnungen oder auch beruflichen Anfragen und Chancen von Anfang an auf Ehrlichkeit und Transparenz achtet und vertrauensbildende Maßnahmen einleitet. Am 11. Mai haben wir den Neumond im Stier und der aktiviert eure spirituellen und psychologischen Kräfte. Es lohnt sich dann, trotz spannender Ereignisse in der Außenwelt auch nochmal nach innen zu blicken und zu spüren, mit wem und mit welchem Ereignis ihr in Resonanz steht. Und für alle, die spirituell oder magisch arbeiten, ist es ein toller Neumond für ein Heilungsritual. Ihr solltet außerdem zu Neumond um besondere innere Klarheit und eine sichere Intuition bitten, die richtigen Menschen und Gelegenheiten zu erkennen und Schein und Sein gut auseinanderzuhalten. Denn im letzten Monatsdrittel bilden sich kritische Aspekte zu Verklärungsplaneten Neptun und dann kann es schwierig werden, Wahrheit und Illusion auseinanderzuhalten. Am 20. Mai um abends um 21.37 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in euer Zeichen Zwillinge. Sie aktiviert dann für vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude und außerdem den irre wichtigen Mondknoten, durch den ihr jetzt viele Fäden in der Hand haltet. Stellt euch vor, euer Projekt oder euer neuer Flirt wäre ein Drachen, den ihr im Wind fliegen lassen wollt. Wenn ihr die Fäden geschickt haltet, wird er fliegen und ihr könnt die Richtung vorgeben. Wenn die Fäden sich verheddern, stürzt er ab und ist vielleicht nur schwer wiederzufinden. Psychologisch bedeutet das, ihr müsst ganz klare Signale senden und ganz genau wissen, was ihr wollt und euch wünscht. Rechnet damit, dass euer Gegenüber vielleicht ganz andere Fantasien und Vorstellungen hat als ihr selbst und scheut euch nicht, deutlich zu benennen, worum es euch geht und was ihr erwartet. Wir haben nämlich am 26. Mai eine Mondfinsternis, ist der Vollmond im Schützen und der fällt bei euch auf die Partnerschaftsachse. Und unklare Situationen, bei denen unerfüllte Gefühle und Sehnsüchte im Raum stehen, können monatelange Dramen nach sich ziehen, wenn ihr nicht achtsam und bewusst damit umgeht. Zudem wird dann auch noch der Merkur am 30. Mai in den Zwillingen rückläufig. Das kann zu Fehleinschätzungen beitragen. Hilfreich ist es auf jeden Fall, wenn ihr Vertrauen aufbaut und auf Ehrlichkeit und Transparenz setzt. Und es kann sich durchaus lohnen, einer Sache im Juni eine zweite Chance zu geben. Mai und Juni können Monate für euch werden, in denen ihr ein großes Stück weiterkommt und entscheidende Impulse setzt. Nicht nur für euer eigenes Leben, sondern auch für das anderer Menschen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Der Mars macht euch aktiv und gibt Power. Für viele von euch dürfte es daher ein sehr produktiver Monat werden. Gleich schauen wir in eure Konstellationen. Vorher habe ich aber noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden, denn die hängen auch von den übrigen Konstellationen eures individuellen Horoskops ab. Und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, dann empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den Mai schauen. Power Planet Mars bleibt noch den ganzen Monat über in eurem Zeichen und versorgt euch mit viel Energie. Allerdings kann Mars im Krebs auch eine erhöhte Empfindlichkeit mit sich bringen und die Neigung, sich schnell angegriffen zu fühlen. Informiert euch doch bitte über die 90-Sekunden-Regel. Die habe ich in meinem Video über Mars im Widder genau erläutert und die gibt es auch in meinem PDF-Horoskop Mars-Analyse zum Nachlesen. Mit dieser Übung bekommt ihr Emotionen von Ärger und Zorn gut in den Griff, um angemessen reagieren zu können. Außerdem wäre meine Empfehlung, dass ihr euch sportlich betätigt oder anderweitig aktiv seid, um die Mars-Kräfte gut zu kanalisieren. Der Monat startet, davon abgesehen, mit erfreulichen Aspekten, die zeigen, dass ihr beliebt seid und viel zu tun habt. Gleich das erste Wochenende verspricht außerdem einen interessanten Flirt für Singles. In euren festen Partnerschaften herrscht ein guter Zusammenhalt. Sofern ihr nicht zulasst, dass Freunde und Bekannte euch hineinreden, wie ihr eure Beziehung zu gestalten habt. Zum Beispiel, weil sie der Meinung sind, dass ihr nicht genug persönliche Freiheit habt oder dass ihr euch für eine politische oder gesellschaftliche Sache engagieren solltet, was aber Zeit von eurer Partnerschaft abzieht. Und das wird euer fester Schatz wahrscheinlich kritisch sehen. Achtet darauf, dass der feste Partner oder Partnerin sich nicht aufgrund eurer anderen Aktivitäten zurückgesetzt fühlt. Bezieht sie mit ein, vor allem auch dann, wenn ihr beruflich vor wichtigen Entscheidungen steht, denn dabei könnt ihr jemanden brauchen, der euch unterstützt. Es gibt eine kritische Phase vom 8. bis 16. Mai. Da müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht zu ungeduldig voranprescht oder Entscheidungen im Alleingang trefft. Das könnte Vorgesetzte vor den Kopf stoßen. Wenn ihr euch Momente der Stille gönnt oder regelmäßig meditiert, um einen klaren Fokus zu behalten, was wichtig ist und was unwichtig, dann kann der Mars euch dabei helfen, endlich eine überfällige Entscheidung zu treffen. Der Merkur wandert am 4. Mai in die Zwillinge und am 9. Mai dann auch die Venus und beide bewegen sich dann durch den Bereich des Rückzugs und der inneren Einkehr. Das bedeutet, dass man in der Stille auf die besten Ideen kommt und gut aus sich selber schöpfen kann. In der Liebe kann die Zeit bis zum Monatsende etwas ruhiger werden. Vielleicht schwärmt ihr auch heimlich für jemanden oder Worte der Liebe und Zuneigung gehen euch nicht so leicht über die Lippen wie sonst. Andererseits ist die zweite Monatshälfte sehr ergiebig und inspirierend, wenn ihr spirituell arbeitet oder mit Ritualen oder als mediale Beraterinnen unterwegs seid. Und falls ihr auf der Suche nach spirituellen Freunden oder Lehrerinnen seid, könnt ihr die im Mai und Juni finden. Am 11. Mai haben wir den Neumond im Zeichen Stier und der aktiviert eure Freundschaftsthemen. Vielleicht geht in einer Freundschaft etwas zu Ende und etwas Neues beginnt. Es kann nötig sein, dass ihr euch von Leuten distanziert, die zu viel Unruhe in euer Leben bringen. Vor allem, wenn eure feste Partnerschaft darunter leidet, müsst ihr euch wohl entscheiden, was euch wichtiger ist. Auch für euer berufliches Netzwerk oder Online-Aktivitäten ist dieser Neumond interessant, um euch neu aufzustellen, zum Beispiel mit einer neuen Homepage. Möglich auch, dass bestimmte berufliche Verbindungen zu Ende gehen, wenn sie für euch nicht mehr passen und neue beginnen. Durch die Verbindung mit Lilith kann der Neumond euch auch anregen, euch einer spirituellen Frauengruppe anzuschließen. Am 14. Mai macht der Jupiter einen ersten Schritt ins Zeichen Fische bis Ende Juli und das ist ein erfreulicher Einfluss für euch. Vor allem für die Juni-Krebse bringt das berufliche Gelegenheiten, sich weiterzuentwickeln oder zu expandieren. Generell wird durch diesen Aspekt euer Fernweh geweckt und falls ihr die Chance habt zu verreisen, solltet ihr die auch nutzen oder zumindest schon mal Pläne machen. Am 20. Mai abends um 21.37 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge und aktiviert dann für vier Wochen die Heilerachse eures Horoskops. Noch bis Mitte Juni ist das eine schöne Phase, in der spirituell orientierte Krebse oder solche, die in Heilberufen arbeiten, besonders inspiriert sind und viel Zulauf haben. In den letzten zehn Tagen des Monats seid ihr wahrscheinlich sehr gefragt, Menschen zu helfen, sei es professionell oder auch als Freundinnen und Freunde. Wir haben da nämlich eine sehr romantische und gleichzeitig auch verwirrende Phase, in der viele sich nicht sicher sind, was sie von einer Begegnung oder einer beruflichen Chance halten sollen. Das Ganze kulminiert zu Vollmond am 26. Mai mit der Mondfinsternis im Schützen, die bei euch auf die Heilerachse des Horoskops fällt. Eure spirituelle Praxis dürfte voll sein, denn für die Krebssonne sind die Aspekte eher positiv, sodass ihr wahrscheinlich eine gute Intuition dafür habt, was richtig ist und was nicht und euer Rat sehr gefragt sein wird. Für euch sehe ich eher das Problem, dass ihr am liebsten jeden retten würdet und euch das dann über den Kopf wächst. Aber ihr habt gegen Ende Mai starke spirituelle und empathische Kräfte. Traut euch ruhig was zu. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Der Mai kann euch beruflich einiges abverlangen, verbunden mit der Chance, interessante neue Wege zu gehen. Mehr dazu gleich, vorher habe ich noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden, denn die hängen auch von den übrigen Konstellationen eines individuellen Horoskops ab und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten im Horoskope-Shop in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir in eure Konstellationen schauen und die stecken voller Energie und Überraschungen. Bis zum 20. Mai aktiviert die Sonne im Stier euer kosmisches Karrierehaus, wo auch Unruhestifter Uranus und die Rebellin Lilith stehen. Wundert euch also nicht, wenn es beruflich hoch hergeht. Das können Vorgesetzte sein, die plötzlich ihre Meinung ändern oder unerwartete Entwicklungen in eurer Firma oder auch eine plötzliche Chance und ihr müsst dann schnell entscheiden, ob ihr zuschlagen wollt oder nicht. Möglich auch, dass Frauenthemen und Genderfragen für Aufregung sorgen. Vielleicht ist es auch was ganz Einfaches, zum Beispiel, dass die Chefin plötzlich schwanger wird und eilig Vertretungen organisiert werden müssen. Jedenfalls ist einiges los und wenn ihr euch beherzt darauf einlasst, können solche Entwicklungen eben auch die Chance auf einen Karrieresprung mit sich bringen. Trotzdem müsst ihr schauen, dass ihr zwischendurch zur Ruhe kommt. Der Mars läuft im Mai noch durch den Krebs und deshalb ist euer Energieniveau wahrscheinlich nicht so hoch wie sonst, sondern ihr seid öfter mal schlapp und braucht Zeit zum Regenerieren. Hinzu kommt, dass es teilweise auch im Beziehungsgebäck knirscht. Das zeigt Saturn im Wassermann in eurem kosmischen Partnerhaus. Beziehungspartner, aber auch Flirtkandidatinnen und Kandidaten sind wahrscheinlich nicht begeistert, wenn ihr überhaupt keine Zeit für sie habt, weil ihr beruflich so eingespannt seid. Da müsst ihr dann als stolze Löwinnen und Löwen auch mal um Verständnis bitten oder erklären, was los ist, damit eure Liebsten sich ein Bild von der Situation machen können. Und wenn sie von euren Entscheidungen betroffen sind, müsst ihr ihnen natürlich auch ein Mitspracherecht einräumen. Das ist zeitweise gar nicht so schwer, denn ab dem 4. Mai geht der Merkur in die Zwillinge und ab dem 9. auch die Venus und beide stehen dann günstig zur Löwesonne und erleichtern liebevolle Aussprachen und Verständnis auf beiden Seiten. Sehr wichtig für euch ist auch der Neumond am 11. Mai, denn er fällt in euer kosmisches Karrierehaus und da kann es darum gehen, Entscheidungen zu treffen und Ziele zu definieren. Allerdings habt ihr dann auch eine Neigung, übers Ziel hinaus zu schießen oder kompromisslos zu denken. Habt Verständnis, wenn Beziehungspartner kritisch oder ängstlich auf eure Karriereideen reagieren oder ihr euch durch sie ausgebremst fühlt und sucht das Gespräch mit Leuten, deren Expertise und Weitsicht euch weiterhelfen können. Um die Monatsmitte könnt ihr sehr wichtige Impulse seitens eurer Freundschaften oder auch eures beruflichen Netzwerks erhalten, die euch weiterbringen. Es können auch neue Menschen auftauchen, die euch Türen öffnen und deren Unterstützung und Förderung euch bestimmte wichtige Entscheidungen erleichtern. Auch bei Beziehungsfragen können vertrauenswürdige Personen aus dem Freundeskreis euch wertvolle Hilfestellung geben. Beruflich stehen Fernlehrgänge und Online-Kurse im Mai unter guten Sternen und wenn euer Schatz dahingehend einen Vorschlag hat, solltet ihr den in Betracht ziehen. Ab dem 14. Mai geht Wohltäter Jupiter bis Ende Juli in die Fische. Das ist ein günstiger Einfluss, um sich in einer bestehenden Beziehung tiefer einzulassen. Ist aber auch ein guter Finanzaspekt, falls ihr gemeinsame Besitztümer oder Anlagen mit Finanzpartnern habt. Am 20. Mai um 21.37 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge und aktiviert euer kosmisches Elftenhaus der Freundschaften und der Netzwerke. Die günstige Phase, in der ihr wertvolle Verbindungen eingehen könnt, setzt sich dann fort. Allerdings gibt es dann vom 20. Mai bis zum 2. Juni eine kritische Phase und da kann es in eurem Freundeskreis oder auch beruflichem Netzwerk zu einem Vertrauensbruch kommen. Vor allem, wenn es um gemeinsame Gelder und Werte geht. In dieser Zeit solltet ihr besser kein Geld an Freunde verleihen. Das heißt aber nicht, dass ihr vielversprechende Projekte oder Verbindungen komplett aufgeben sollt. Ihr müsst nur halt während dieser 10 Tage besonders vorsichtig sein und euch genau absprechen, wer was erwartet und wer welche Wertvorstellungen hat. Sonst gibt es Enttäuschungen, einfach weil man aneinander vorbeigeredet hat. In diese Zeit fällt auch der Vollmond mit einer Mondfinsternis im Schützen am 26. Mai. Wertefragen und gemeinsame Verantwortung für Besitztümer können dann starke Emotionen auslösen. Wenn Erwartungen enttäuscht werden, kann das ein monatelanges Drama nach sich ziehen. Für die Löwesonne steht dieser Vollmond günstig, deshalb ruhen viele Hoffnungen auf euch und euren Entscheidungen. Euer Talent, die Führung zu übernehmen und anderen Mut zu machen, kann sich dann als sehr vorteilhaft für euch erweisen. Am 30. Mai wird der Merkur rückläufig. In den drei Wochen darauf kann es dann zu den üblichen Problemen mit Verzögerungen und Planänderungen kommen. Bis zum 22. Juni seid ihr dann gefordert, Geduld mit wichtigen Menschen aus eurem beruflichen und privaten Netzwerk aufzubringen und euch mehr Zeit für Termine und Absprachen zu nehmen, damit es nicht zu Missverständnissen kommt. Aber ihr könnt euch schon mal darauf freuen, dass der Mars am 11. Juni in den Löwen geht und euch im Sommer mit viel Kraft und Vitalität erfüllt. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Ascendenten. Der Mai kann ein belebender und erfolgreicher Monat für euch werden. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich hier noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen halt auch von den übrigen Konstellationen eures individuellen Horoskops ab und das ist bei jedem und jeder anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten in der Videobeschreibung im Horoskope-Shop und auch auf der Infokarte hier. Jetzt wollen wir uns den Konstellationen im Mai zuwenden. Ihr startet mit einem Liebes-Highlight noch bis zum 8. Mai, das sinnliche Momente und Flirts verspricht. Und in eurer festen Beziehung solltet ihr mal was Aufregendes Neues ausprobieren. Auch euer Fernweh ist geweckt, aber es bleibt ja weiterhin unsicher, ob wir genug Bewegungsfreiheit haben, um dahingehend etwas zu unternehmen. Langweilig wird euch jedoch bestimmt nicht, denn ihr könnt die interessanten kosmischen Einflüsse auch nutzen, um euch mit persönlichen Projekten zu beschäftigen oder beruflich erfolgreich zu sein. Am 4. Mai geht der Merkur in die Zwillinge und am 9. Mai auch die Venus und beide aktivieren dann euer kosmisches Karrierehaus. Ihr habt dann auch vom 7. bis 14. Mai ein berufliches Highlight. Das ist eine Zeit für tolle Ideen und Pläne, sogar für eine Erfindung. Haltet euer Notizbuch bereit, um alles aufzuschreiben. Wenn ihr etwas Neues vorhabt, wirkt ihr sehr mitreißend und dürft mit Unterstützung aus dem Kollegenkreis rechnen. Das zeigt sich hier an der ganzen Planetenpower im Stier mit Sonne, Uranus und Lilith, die sehr anregend und inspirierend für euch stehen. Sei es, dass ihr selbst tolle neue Ideen habt oder dass ihr beruflich oder bei einer Fortbildung nützliche Impulse von anderen bekommt. Und das kann ja auch online geschehen. Wenn ihr also Lust habt, euch bei einem Online-Webinar weiterzubilden, dann solltet ihr das auf jeden Fall machen. Da kommt bestimmt was Gutes bei raus. In diesem Bereich fällt auch der Neumond am 11. Mai im Stier. Und der ist deshalb gut geeignet, um neue Pläne zu machen oder neue Ideen zu sammeln, wie ihr euch beruflich oder auch persönlich in den kommenden Wochen und Monaten ausrichten wollt. Möglich, dass ihr dabei kompromissloser seid als sonst, zum Beispiel in dem Wunsch, eure eigene Kreativität auszuleben. Das sollte euch gelingen. Auch Romantikplanet Neptun wird durch diese Konstellation aktiviert und der steht ja bei euch im Partnerhaus. Das kann bedeuten, dass eine Liebesangelegenheit euch so inspiriert, dass ihr dadurch auf neue Ideen kommt. Es kann aber auch bedeuten, dass euch jemand den Kopf verdreht und auf Ideen bringt, die euch von euren eigentlichen Zielen ablenken. Da müsst ihr dann darauf achten, dass ihr konsequent bleibt und euer Herzensziel nicht aus den Augen verliert. Für die Liebe ist auch sehr spannend, dass Glücksplanet Jupiter ab dem 14. Mai einen ersten Schritt ins Zeichen Fische macht und damit in euer kosmisches Partnerhaus. Dort bleibt er dann bis Ende Juli und kann euch partnerschaftliches Glück bringen. Das gilt jetzt erstmal ganz besonders für die August-Jungfrauen. Aber auch beruflich können sich im Mai und Juni für euch spannende neue Verbindungen und Perspektiven ergeben. Ihr könnt Menschen begegnen, die euch Türen öffnen oder es ergibt sich, dass ihr euch in eine Person verliebt, mit der ihr auch beruflich oder geschäftlich zu tun habt. Besonders in der Zeit vom 9. bis 20. Mai können sich vielversprechende Treffen ergeben. Am 20. Mai um 21.37 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge und aktiviert dann für vier Wochen euer kosmisches Karrierehaus. Noch bis Mitte Juni sind die Chancen, einen besonderen Menschen zu treffen, stark erhöht. Es gibt jedoch einen Wermutstroffen zwischen dem 20. und 30. Mai. Da bilden nämlich die Planeten kritische Aspekte zu Neptun, der ja auch eine vernebelnde Wirkung hat. Wenn ihr also um die Monatsmitte jemand vielversprechendes kennenlernt, achtet gleich von Anfang an auf größtmögliche Transparenz, Ehrlichkeit und auf genaue Absprachen. Sonst können sich nämlich Enttäuschungen ergeben, weil beide Parteien unterschiedliche Erwartungen haben oder sich falsche Hoffnungen machen. Man ist dann vielleicht von einem möglichen gemeinsamen Projekt begeistert. Es stellt sich aber heraus, dass jeder eine ganz andere Vorstellung davon hatte. Kritisch ist vor allem der Vollmond mit der Mondfinsternis am 26. Mai, der in Spannung zur Jungfrausonne steht. Da könnte sich eine Verwicklung zwischen Beruf und Liebe mit großen Gefühlen ergeben, die ein monatelanges Drama nach sich ziehen kann. Mein Tipp wäre deswegen, in diesen Tagen noch keine wichtigen Entscheidungen zu treffen, vor allem nicht aus einer spontanen Gefühlswallung heraus. Wenn ihr jedoch konzentriert seid und die Fäden in der Hand haltet, könnt ihr in dieser Zeit andere überzeugen und verzaubern. Am 30. Mai wird der Merkur in eurem Karrierehaus rückläufig. Auch das kann dazu beitragen, dass Pläne nochmal geändert werden oder Menschen sich umentscheiden. Solltet ihr in eine undurchschaubare Situation geraten, kann es sich lohnen, einer neuen Verbindung oder einem neuen Projekt noch eine zweite Chance zu geben. Denn wenn man sich doch noch einigen kann und letztlich auf einer Wellenlänge liegt, kann daraus etwas Langfristiges entstehen, von dem beide Seiten profitieren können. Dabei ist es gegebenenfalls ratsam, mit weiteren Schritten abzuwarten, bis der Merkur am 22. Juni wieder direktläufig wird. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Die Heilung eines Beziehungsproblems ist in diesem Monat möglich und ihr werdet große Pläne machen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von den übrigen Konstellationen eures individuellen Horoskops ab. Und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten im Horoskope-Shop, in der Videobeschreibung und auch durch die Infokarte hier. Und jetzt schauen wir in die Sterne für den Mai. Heiler Planet Chiron steht ja langfristig in eurem Partnerhaus und bildet diesen Monat Aspekte, die Freundschaft und Unterstützung versprechen. Außerdem auch heilsame Gespräche. Das kann in vieler Hinsicht für euch interessant sein. Sei es, dass ein Beziehungsproblem ansteht, das geklärt werden muss, oder dass ihr neue Menschen kennenlernt, durch die ein Beziehungsfrust in einem neuen Licht erscheint. Auch die Beziehung zu euch selbst kann einen Wandel erfahren und ihr lernt vielleicht eine neue Seite an euch kennen, die euch gefällt. Und sogar euer Weltbild kann sich dadurch verändern und erweitern. Auch falls ihr selbst erkrankt seid, ist im Mai ein Heilungsfortschritt möglich. Am 4. Mai geht der Merkur in die Zwillinge und am 9. Mai auch die Venus. Beide stehen dann sehr günstig zur Waagesonne und verbinden sich außerdem mit dem Mondknoten. Das zeigt, dass wichtige Menschen euren Weg kreuzen, durch die eure persönliche Entwicklung gefördert wird und die euch unterstützen. Und wenn ihr Single seid und auf der Suche seid, kann das auch eine Liebesbegegnung sein. Die spannendste Phase ist in dieser Hinsicht vom 9. bis 20. Mai. Am 11. Mai ist der Neumond im Stier und der aktiviert bei euch Beziehungen, bei denen Geld, Werte und Besitz im Spiel sind. Diesen solltet ihr generell im Mai viel Beachtung schenken, vor allem in der ersten Monatshälfte. Zu Neumond kann es darum gehen, dass ihr euch finanziell unabhängiger aufstellen wollt und vielleicht erwägt, aus bestimmten Bindungen auszusteigen oder neue einzugehen, in denen ihr euch besser verwirklichen könnt. Das ist natürlich nicht immer so einfach, wenn Geld im Spiel ist, aber es kann einen Versuch wert sein, vor allem, wenn ihr kreativ arbeitet. Auf der psychologischen Ebene wünscht ihr euch vielleicht in euren festen Beziehungen mehr Tiefe und könnt neue Dimensionen der Erotik ausloten. Und die Basis dafür kann sein, dass die Beziehungspartner mehr persönlichen Freiraum haben, sodass sie sich immer wieder neu entdecken können. Was ihr jetzt in Beziehungen überhaupt nicht mögt, ist Eintönigkeit und Routine. Beruflich kann der Monat sehr ergiebig für euch werden, vor allem, wenn ihr mit Unterricht, Bildung und Fortbildung, Lehre und Forschung zu tun habt oder im juristischen Bereich arbeitet. Die Tendenzen sind auch günstig, falls ihr neue Mitarbeiter für euer Team sucht. Und falls ihr in der da niederliegenden Tourismusbranche tätig seid, sehe ich da für euch auch Aufschwungmöglichkeiten, in dem ihr entweder neue Wege geht oder sich wieder mehr Freiräume für Reisen und Hotellerie auftun. Auch Kulturprojekte können wieder Aufwind erfahren. All das bekommt nochmal einen Schub und Energie, wenn die Sonne am 20. Mai um 21.37 Uhr in die Zwillinge geht und dann für vier Wochen aufbauende und vitalisierende Aspekte bildet und außerdem euer Fernweh und eure Lust am Planen weckt. Auch die Chance, besondere Menschen zu treffen, verstärkt sich dadurch nochmal bis Mitte Juni. Zwischen dem 20. und 30. Mai sind die Aspekte allerdings etwas heikel. Da herrscht eine Atmosphäre der Unsicherheit in Bezug auf neue Begegnungen und neue Projekte. Besonders rund um den Vollmond am 26. im Schützen mit der Mondfinsternis liegen viele Spannungen in der Luft und es können sich Gefühlsdramen ergeben, weil Erwartungen nicht ausgesprochen werden oder weil Menschen, die eigentlich etwas zusammen auf die Beine stellen wollen, unterschiedliche Vorstellungen davon haben. Gut möglich, dass bei euch im Kollegenkreis solche Probleme auftauchen oder es Schwierigkeiten mit neuen Teammitgliedern gibt. Zur vage Sonne stehen die Planeten aber harmonisch. Deshalb könnt ihr wahrscheinlich mit diplomatischem Geschick vermitteln. Falls ihr beratend tätig seid, werden dann wohl viele Klienten eure Expertise suchen und auch im privaten Bereich könnt ihr Freundinnen und Freunden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Natürlich kann es auch passieren, dass eine vielversprechende neue Begegnung oder ein Projekt dann doch noch viele Fragezeichen aufweist. In dem Fall solltet ihr nicht enttäuscht aufgeben, sondern unbedingt an der Sache dranbleiben. Dabei müsst ihr gegebenenfalls Geduld aufbringen, denn vom 30. Mai bis 22. Juni wird der Merkur rückläufig und das kann zu den schon bestehenden Unsicherheiten noch weitere beitragen. Es lohnt sich aber optimistisch zu bleiben und an die Sache zu glauben. Wichtig zu wissen ist auch, dass Glücksplanet Jupiter ab dem 14. Mai für zweieinhalb Monate einen ersten Schritt ins Zeichen Fische machen wird und das ist für das Vage-Kollektiv der Bereich Gesundheit und Arbeitsalltag. Das kann helfen, die Arbeitssituation zu verbessern und das Team weiter aufzubauen. Der Aspekt ist auch geeignet, um einen guten Arzt oder Heilerin zu finden, wenn nötig. Und diese günstige Tendenz hält an bis Ende Juli. Hallo, ihr fabelhaften Skorpion-Geborenen und Skorpion-Ascendenten. Eure Partnerschaften und festen Beziehungen bekommen im Mai viel kosmische Energie. Mehr dazu gleich, vorher habe ich noch einen Tipp für euch. Euer Sternzeichen-Horoskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von den übrigen Konstellationen eures individuellen Horoskops ab. Und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den schriftlichen PDF-Horoskopen findet ihr unten im Horoskope-Shop, in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Jetzt schauen wir in eure Sterne im Mai und da stehen Partnerschaftsthemen häufig im Mittelpunkt. Die Sonne im Stier aktiviert euer kosmisches Partnerhaus und längerfristig auch Lilith und Uranus. Das sorgt dafür, dass ihr euch stärker als sonst für andere Menschen und ungewöhnliche Begegnungen interessiert. Und denkt jetzt bitte nicht, dass ihr aufgrund Covid-bedingter Einschränkungen ja doch nicht dazu kommt, jemanden zu treffen. Die kosmische Energie ist sehr stark und ihr steht in Resonanz mit dem Partnerschaftsthema und irgendwie wird ein Gegenüber in euer Leben finden. Das kann sogar auch ein Dialog mit eurem höheren Selbst sein, das euch einen inneren Spiegel vorhält. Aber wahrscheinlicher ist, dass echte Menschen euren Weg kreuzen. Und das kann gegebenenfalls auch online geschehen. Und zwar noch ganz besonders in den ersten acht Tagen des Monats, solange die Venus auch noch im Stier steht. Die geht dann am 9. Mai in die Zwillinge, wie zuvor am 4. auch schon der Merkur. Und beide aktivieren bei euch das kosmische Achterhaus. Da geht es dann um eure festen und verbindlichen Beziehungen. Die Planeten helfen euch, mit vertrauten Partnern wichtige und heilsame Gespräche zu führen und können euch auch in der Liebe verspielter und experimentierfreudiger machen. Wenn ihr alleinstehend seid, solltet ihr in Betracht ziehen, euch eine Beratung zu gönnen. Denn ihr findet jetzt Therapeutinnen oder Astrologen, mit denen ihr einen angenehmen und erkenntnisfördernden Austausch habt. Eine weitere Belebung eurer festen Beziehungen könnte sein, dass ihr gemeinsam mit Partnerinnen oder Partnern neue Menschen kennenlernt, die für euch wichtig werden. Zum Beispiel, falls ihr eine Paartherapie in Betracht zieht. Weil dieser Bereich des Horoskops auch mit gemeinsamen Besitz und Werten zu tun hat, wäre der Mai auch ein guter Monat, um euch gemeinsam mit eurem Bankberater oder einer Finanzexpertin zusammenzusetzen, falls es da etwas zu klären gibt. Die beste Phase für all diese Aktivitäten ist vom 9. bis 20. Mai. Am 11. Mai ist Neumond im Stier und der fällt bei euch ins Partnerhaus. Er aktiviert die Kräfte der Lilith und falls ihr Single seid, kann rund um diesen Neumond eine spannende neue Liebschaft beginnen. Problematisch ist es natürlich, falls ihr gebunden seid und jemand Neues kennenlernt, besonders dann, wenn es in eurer Beziehung schon kriselt. Eine Begegnung unter Lilith kann dazu führen, dass man Dinge tut, die man vielleicht hinterher bereut. Deswegen wäre hier mein Tipp, falls sich was ergibt, von dem ihr ahnt, dass es eure festen Beziehungsstrukturen gefährden könnte, lasst es bitte äußerst vorsichtig angehen. Im Positiven kann Lilith aber auch einfach spannende Menschen, besonders Frauen, anzeigen, die euch inspirieren und euch aus euren üblichen Gedanken herausreißen und interessante neue Impulse geben. Zu diesem Neumond kann auch eine Beziehung zu Ende gehen und eine neue beginnen, wenn das jetzt für euch richtig ist. Aber ihr solltet eine so wichtige Entscheidung eben nicht aus einem spontanen Impuls heraus treffen, sondern da muss insgesamt alles stimmig sein. Am 14. Mai passiert etwas für euch sehr Wichtiges. Dann macht nämlich der Jupiter einen ersten Schritt ins Zeichen Fische und das ist ein sehr erfreulicher Einfluss für euch. Er kann sowohl eine romantische Affäre fördern, als auch eure Lebensfreude und persönliche Herzensprojekte. Und diese schöne Tendenz geht bis zum 28. Juli und wirkt zunächst vor allem für die Oktoberskorpione. Beruflich profitiert ihr den ganzen Monat über davon, dass der Mars im Krebs günstig zur Skorpionsonne steht und das bringt immer Kraft und Schwung, um mit der Arbeit voranzukommen. Auch wenn ihr in heilenden oder sozialen Berufen tätig seid, dürftet ihr guten Zulauf haben. Das zeigen die günstigen Aspekte von Chiron, der bei euch im Jobbereich steht. Das ist übrigens auch ein guter Einfluss, falls ihr was für eure eigene Gesundheit tun wollt. Dann solltet ihr im Mai einen Termin beim Heilpraktiker oder der Ärztin machen. Am 20. Mai spätabends geht die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge und aktiviert dann für vier Wochen eure festen und verbindlichen Beziehungen, auch diejenigen finanzieller Natur. Zwischen dem 20. und 30. haben wir allerdings eine Reihe von Täuschungsaspekten. In dieser Zeit solltet ihr bei allen Beratungsgesprächen und Finanzentscheidungen zurückhaltend sein, denn es kann passieren, dass die Beteiligten von verschiedenen Ideen ausgehen und aneinander vorbeireden. Dadurch kann es zu Verwirrungen kommen. Besonders heikel ist hier der Vollmond am 26. Mai im Schützen mit einer Mondfinsternis. Der fällt bei euch auf die Werteachse. Und an derselben Stelle wird am 30. Mai der Merkur rückläufig. So kann es zum Beispiel sein, dass jemand von einem Kauf oder einer Finanzentscheidung zurücktritt oder es kommt zu Unstimmigkeiten wegen einer Vereinbarung in eurer festen Beziehung. Das dann kann Gefühle von Enttäuschungen und Zurückweisung auslösen, die längere Zeit nachwirken. Sollte sich so eine Situation ergeben, nehmt es nicht persönlich und gebt der Sache oder der Person gegebenenfalls noch eine zweite Chance. Eventuell solltet ihr abwarten bis zum 22. Juni und dann die Sache nochmal neu aufrollen. Das kann sich lohnen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Das wird ein sehr aufregender Monat für eure Beziehungen und in der Liebe. Gleich erfährt ihr mehr darüber. Vorher habe ich noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von den übrigen Konstellationen eures individuellen Horoskops ab. Und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine schriftlichen PDF-Horoskope, denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten im Horoskope-Shop in der Videobeschreibung und auch über die Infokarte hier. Jetzt kommen wir zu den äußerst spannenden Konstellationen im Mai. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, dass der aufsteigende Mondknoten in den Zwillingen in eurem kosmischen Partnerhaus steht, was euch in Kontakt mit eurem Seelenpartner oder Partnerin bringen kann. Und das kann auch eine Person sein, die in euer Leben kommt, um euch beruflich oder bei eurer Persönlichkeitsentwicklung voranzubringen. Schütze Singles haben exzellente Chancen, ihren Herzensmenschen zu finden. Aber auch im Job ist eine Menge los bei euch. Die Planeten zeigen einige Unruhe in eurem Arbeitsalltag. Vielleicht steht die Frage im Raum, weiter Homeoffice oder wieder zurück ins Büro. Oder ihr wollt Urlaub nehmen und das erweist sich als nicht so einfach. Oder ihr müsst euch mit neuen technischen Anforderungen auseinandersetzen. Möglich sind auch Schwierigkeiten mit Kolleginnen, weil die ihren eigenen Kopf haben oder schwanger werden und sich dadurch Abläufe verändern. Und vielleicht habt ihr auch selbst die Nase voll davon, euch im Job herumkommandieren zu lassen und verlangt jetzt mehr Freiraum für den eigenen Arbeitsstil. Das ist auch längerfristig noch Thema, aber in der ersten Monatshälfte im Mai kann es diesbezüglich Auslöser geben, die euch zum Handeln drängen. Es ist sogar möglich, dass ihr über eine Kündigung nachdenkt. Und da würde sich der Neumond im Stier am 11. Mai anbieten, etwas zu Ende zu bringen und neu zu beginnen. Der fällt nämlich in euer kosmisches Berufshaus. Aber so eine Entscheidung will wohl überlegt sein und die solltet ihr nicht spontan aus einem Gefühl oder gar einem Streit heraus treffen. Und auch wenn noch alles friedlich ist, könnt ihr den Neumond nutzen, um über Dinge nachzudenken, die ihr in eurem Arbeitsalltag ändern und verbessern möchtet. Auch für eure Gesundheit ist das ein wichtiger Neumond. Zum Beispiel, um aus einer alten Routine auszubrechen und etwas Interessantes Neues zu beginnen, was eure Vitalität und Lebensqualität verbessert. Während euch diese Themen noch beschäftigen, verlagert sich die kosmische Energie allmählich mehr und mehr in euer Liebes- und Partnerschaftsleben. Am 4. Mai geht der Merkur in die Zwillinge und am 9. Mai die Venus. Beide bevölkern dann euer Partnerhaus, wo, wie gesagt, auch schon der Mondknoten steht. Und dann wird es sehr spannend. Ab dem 9. Mai bis Mitte Juni steigen eure Chancen für besondere Begegnungen, die euer Leben verändern können. Und das gilt auch dann, wenn ihr das Internet und Flirt-Apps benutzt, um Leute kennenzulernen. Am 14. Mai passiert noch etwas sehr Wichtiges für euch. Dann wird der Jupiter bis zum 28. Juli einen ersten Schritt ins Zeichen Fische machen, wo er seine Kräfte stärker entfalten kann als im Wassermann. Und weil ihr Jupiters Glückskinder seid, dürfte das eine belebende und glückbringende Wirkung für euch haben. Und ihr könnt in eine Art Fluss der Intuition kommen und das Gefühl einer starken inneren Führung erleben. Allerdings, das muss auch erwähnt werden, kann euch das zu einer übermäßigen Euphorie und zu einer Überschätzung bestimmter Situationen verleiten, vor allem, wenn ihr in den ersten Tagen des Schützezeichens im November Geburtstag habt. Am 20. Mai um 21.37 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge und damit auch in euer Partnerhaus. Und dann kommt eine neue Welle von Energie und Lebensfreude in euer Beziehungsleben. Auch der Mondknoten wird dann nochmal aktiviert. Das heißt, die Phase, in der spannende und wichtige Menschen in euer Leben treten, erhält einen neuen Schub. Das können, wie gesagt, Herzensmenschen und Seelenpartnerinnen sein, aber auch Leute, die zu Freunden werden, beruflich Türen öffnen oder auf andere Weise inspirierend wirken. Generell gilt im Mai, dass ihr bei allen neuen Begegnungen und Chancen von Anfang an auf Ehrlichkeit, Klarheit und Transparenz setzen solltet. Denn wir haben vom 20. bis 30. Mai Aspekte, die zu Enttäuschungen und Rückziehern führen können, wenn man nicht von Anfang an geklärt hat, wo man einen gemeinsamen Nenner sieht und wohin die Reise gehen könnte. In diesen letzten zehn Tagen des Monats neigt ihr möglicherweise dazu, eigene Vorstellungen auf euer Gegenüber zu projizieren und achtet nicht darauf, was die andere Person wirklich denkt und meint oder sich vorstellt. Man kann leicht im Überschwang aneinander vorbeireden. Beide glauben dann, dass sie sich für dieselbe Sache begeistern, aber jeder hat eine andere Vorstellung davon. Besonders heikel ist in dieser Hinsicht der Vollmond mit der Mondfinsternis im Schützen am 26. Mai. Der fällt in euer Zeichen und auf eure Beziehungsachse und bringt hohe Erwartungen und Hoffnungen mit sich. Und wenn die dann enttäuscht werden, kann das monatelange Gefühlsdramen nach sich ziehen. Am 30. Mai wird zudem der Merkur bei euch im Partnerhaus rückläufig. Das fördert Missverständnisse. Deswegen achtet bitte darauf, dass ihr nicht mehr versprecht, als ihr auch einhalten könnt. Und stellt euch darauf ein, dass auch andere nicht immer das meinen, was sie sagen. Denkbar ist auch ein Konflikt mit einer Situation bei euch zu Hause oder in der Familie, wodurch ihr nicht so könnt, wie ihr wollt. In dem Fall solltet ihr das offen ansprechen und um Verständnis bitten. Was auch immer in diesen zehn Tagen passiert, ist jedoch nicht unbedingt ein Grund, einen wichtigen Menschen oder eine mögliche neue Zusammenarbeit wieder fallen zu lassen. Es braucht nur einfach Geduld. Vielleicht auch noch bis nach dem 22. Juni, wenn der Merkur wieder direktläufig wird, um sich abzusprechen und auszusprechen. Das Blatt kann sich dann wieder zum Positiven wenden. Ihr habt also allen Grund, optimistisch zu sein. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Herzensprojekte, Sport und Vergnügen rufen euch. Aber viele wichtige Entwicklungen spielen sich auch im Berufsalltag ab. Und vielleicht lässt sich ja auch beides verbinden. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich aber noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen. Aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von den übrigen Konstellationen eures individuellen Horoskops ab. Und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine schriftlichen PDF-Horoskope. Denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten im Horoskope-Shop in der Videobeschreibung und über die Infokarte hier. Jetzt wollen wir in die Sterne für den Mai schauen. Noch bis zum 20. steht die Stiersonne super günstig für euch und weckt in euch den Wunsch, euch Herzensprojekten zu widmen, viel Sport zu treiben oder auch sinnliches Vergnügen zu erleben, falls ihr einen Liebespartner oder Partnerin habt. Doch wenn ihr eurem Vergnügen nachgeht, mahnt euch eine innere Stimme, euch auch um euer Geld und den Job zu kümmern oder auch Verantwortung für Menschen in eurem Umfeld, die Hilfe brauchen, zu übernehmen. Und nicht zuletzt kann auch eure Gesundheit ein größeres Thema werden. Aber der Reihe nach. Langfristig steht Uranus im Stier günstig zur Steinbocksonne und bis Juli auch die Lilith. Und das macht euch kreativ und abenteuerlustig. Falls ihr Kinder habt, bringen die und ihre Freunde oft frische und anregende Impulse in euer Leben. Vielleicht streben sie auch verstärkt nach Unabhängigkeit, was euch selbst auch mehr Freiheit gibt. Wenn ihr einen Liebespartner habt, nehmt euch vor allem in den ersten neun Tagen des Monats Zeit für Kuschelstunden. Da profitiert ihr von einem besonders angenehmen Venus-Einfluss. Der Neumond im Stier am 11. Mai aktiviert die Themen rund um eure Herzensprojekte und Lebensfreude und eure persönlichen Wünsche. Darüber solltet ihr auf jeden Fall nachdenken. Zum Beispiel kann es anstehen, ein neues Kreativprojekt zu beginnen oder mehr Qualitätszeit mit euren Kindern zu verbringen. Auch eine prickelnde neue Liebesaffäre kann um diese Zeit beginnen. Und für manche von euch geht es auch darum, nicht immer nur an die Arbeit und die Verpflichtungen zu denken, sondern auch an das, was euer Herz begehrt. Trotzdem, im Laufe des Monats verlagert sich die Energie mehr und mehr in Richtung eures Arbeitsalltags und eurer Aufgaben. Das können auch private oder familiäre Angelegenheiten sein, die viel Aufmerksamkeit und Einsatz von euch fordern. Besonders in der Zeit vom 10. bis zum 20. Mai sind hier gute Fortschritte möglich, wenn ihr Unterstützung braucht. Sei es in eurem beruflichen Team oder auch für eine private oder gesundheitliche Angelegenheit. Zum Beispiel einen neuen Heiler oder eine Ärztin zu finden oder Hilfe für Familienangehörige. Heilsame Gespräche und neue Wege für Therapiemöglichkeiten können sich ergeben. Beachten müsst ihr allerdings, dass diesen Monat der Mars im Krebs durch euer Partnerhaus läuft und einen Konfrontationsaspekt zur Steinbocksonne bildet. Das bedeutet, dass in Gesprächen, Teammeetings oder auch bei Auseinandersetzungen in der Partnerschaft euer Gegenüber extrem empfindlich ist und sich gerade auch durch sachliche Anmerkungen schnell angegriffen fühlen kann. Auch ihr selbst seid möglicherweise schneller gereizt und genervt als sonst. Besonders vorsichtig und diplomatisch solltet ihr in der Zeit vom 8. bis 12. Mai vorgehen und vielleicht in dieser Zeit heikle Gesprächsthemen ganz vermeiden. Da kann es auch zu Konflikten in der Familie kommen. Zum Beispiel kann es darum gehen, wichtige Aufgaben oder die Verantwortung für ein bedürftiges Familienmitglied zu übernehmen und fair aufzuteilen. Wenn ihr spürt, dass ihr unter Dampf steht, informiert euch doch nochmal über die 90-Sekunden-Regel. Die habe ich in meinem Video über Mars im Witter genau erläutert und ihr findet sie auch zum Nachlesen in meinem PDF-Voroskop mit der Mars-Analyse. Jetzt kommt eine gute Nachricht am 14. Mai. wird der Jupiter einen ersten Schritt ins Zeichen Fische machen und zwar bis zum 28. Juli. Und das ist für euch ein erfreulicher Einfluss. Besonders die Dezember-Steinböcke profitieren dann von Hilfsangeboten, Unterstützung oder können etwas Neues lernen, sich fortbilden und sich auch gut darstellen. Die Phase ist übrigens auch günstig, falls ihr euch um einen neuen Job bewerben oder Anträge bei Behörden stellen wollt. Am 20. Mai abends um 21.37 Uhr geht die Sonne in die Zwillinge und aktiviert für vier Wochen euer sechstes Haus der Gesundheit und des Arbeitsalltags. Dann beginnt eine Phase vom 20. bis 30. Mai, in der die Aspekte etwas heikel sind. Bei euch betrifft das Absprachen mit Teammitgliedern und Arbeitskolleginnen sowie auch gesundheitliche Angelegenheiten. Ihr müsst dann in der Zeit deutlich, aber auch verständnisvoll kommunizieren, was ihr wollt und braucht und euch genau anhören, was die anderen zu sagen haben. Denn in dieser Zeit kreisen viele Annahmen und Vermutungen im Raum, möglicherweise auch Gerüchte, und dem kann man nur durch Transparenz und Offenheit begegnen. Möglich ist in dieser Zeit auch eine Fehldiagnose. Vielleicht habt ihr viel Hoffnung in eine neue Zusammenarbeit oder Therapie gesetzt und das ist aber doch was ganz anderes, als ihr gedacht hättet. Dazu kann auch der Vollmond mit der Mondfinsternis am 26. Mai beitragen, der in eurem Horoskop auf die Heilerachse fällt. Enttäuschte Erwartungen können dann starke Emotionen auslösen und sachliche Erwägungen helfen dann nicht unbedingt weiter. Am 30. Mai wird zudem im gleichen Bereich des Horoskops der Merkur rückläufig, was die Lage noch komplizierter machen kann. Es kann aber trotzdem richtig sein, an dem einmal eingeschlagenen Weg festzuhalten oder den Beteiligten eine zweite Chance zu geben. Gegebenenfalls wartet mit einer Entscheidung noch bis nach dem 22. Juni, wenn der Merkur wieder direktläufig wird. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Im Mai spielen Vergnügen, persönliche Weiterentwicklung und Herzensprojekte eine große Rolle. Und auch die Erotik sollte nicht zu kurz kommen. Mehr dazu gleich. Vorher habe ich hier noch einen Tipp. Euer Sternzeichenhoroskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von den übrigen Konstellationen eures individuellen Geburtshoroskops ab. Und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine schriftlichen PDF-Horoskope. Denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten im Horoskope-Shop, in der Videobeschreibung und über die Infokarte hier. Jetzt wollen wir in eure Sterne für den Mai schauen. Und die sehen recht vergnüglich aus. Auch wenn einige Aufregungen und Unwägbarkeiten in eurem Leben nicht abreißen, es sieht so aus, als ob ihr einen Ausgleich schaffen könnt, in dem ihr auch mal was für euch selbst tut, euren Hobbys nachgeht oder Zeit findet, an persönlichen Herzensprojekten zu arbeiten. Außerdem zeichnet sich eine aufregende Affäre ab, falls ihr auf der Suche seid. In den ersten beiden Wochen des Monats geht noch viel Augenmerk in eure häusliche Situation. Langfristig zeigt Unruhestifter Uranus, dass in eurem Leben wichtige Veränderungen anstehen und die haben häufig mit eurer Familien- oder Wohnsituation zu tun. Ende April und Anfang Mai können sich Situationen ergeben, die euch zum Handeln auffordern. Sei es, dass eine Aussprache ansteht oder dass ihr über einen Auszug oder Umzug nachdenkt, auch technische Ausfälle in eurer Wohnung sind möglich und falls ihr Vermieter seid, gibt es vielleicht Schwierigkeiten mit Mieterinnen und Mietern. Stellt euch darauf ein, dass es immer wieder zu Störungen im häuslichen Bereich kommt. Einige von euch wünschen sich wahrscheinlich auch mehr Freiheit, mehr Platz oder eine bessere technische Ausstattung für ihr Zuhause. Der Neumond am 11. Mai im Stier kann das Datum sein, an dem ihr euch entschließt, etwas zu ändern, etwas Neues einzuführen oder etwas Altes zu Ende zu bringen. Auf jeden Fall ist er gut geeignet, um über eure Zukunft in Beziehung auf euren Wohnort und eure familiäre Situation nachzudenken und hier zu einer Entscheidung zu kommen. Doch obwohl euch dies alles anfangs noch stark beschäftigt, lässt im Laufe des Monats der Druck langsam nach. Am 4. Mai zieht der Merkur weiter in die Zwillinge und am 9. Mai die Venus und beide bilden dann erfreuliche Aspekte für Aussprachen oder einfach um Spaß zu haben oder lustvoll zu kuscheln. Außerdem entsteht nun eine starke kosmische Energie, die neue interessante Menschen in euer Leben zieht. Und zwar ab dem 9. Mai bis Ende des Monats. Das kann durch eine prickelnde Affäre geschehen und eine solche Verbindung hat sogar das Potenzial, sich zu einer festen Beziehung zu entwickeln. Aber auch neue Freundschaften können entstehen. Oder ihr findet Menschen, die mit euch eure Hobbys und Leidenschaften teilen und euch inspirieren. Oder Mitarbeiter für ein Kreativprojekt. Auch beruflich können solche Kontakte euch weiterbringen, besonders wenn ihr in der glücklichen Situation seid, kreativ zu arbeiten und in eurem Beruf auch Herzensprojekte verwirklichen zu können. Falls ihr eher einem Brot- und Butterjob nachgeht, kann die Situation dagegen etwas angespannt sein. Und ihr habt mit Kolleginnen oder Kollegen zu tun, die empfindlich sind oder euch aufgrund von persönlichen Problemen hängen lassen, wenn ihr sie gerade braucht. Und das ärgert euch dann. Falls ihr in Heilberufen tätig seid, können sich eure Klienten als widerspenstig und überempfindlich erweisen und ihr müsst sie mit Samthandschuhen anfassen. Andererseits könnt ihr nun Heilungsprozesse anstoßen, selbst wenn diese vielleicht zunächst schmerzhaft sind. Was eure eigene Gesundheit angeht, solltet ihr ein bisschen auf euch Acht geben. Kleinere Verletzungen können im Mai schnell zu Entzündungsreaktionen führen und auch der Heuschnupfen kann euch plagen. Aber ihr könnt einen Durchbruch erreichen, wenn ihr gut mit eurer Ärztin oder Heilpraktiker zusammenarbeitet. Am 14. Mai macht der Jupiter für zweieinhalb Monate einen ersten Schritt in die Fische. Für euch kann das finanzielle Erleichterung oder Zuwächse bringen. Auch ausstehende Zahlungen können in dieser Zeit endlich hereinkommen. Am 20. Mai abends um 21.37 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in die Zwillinge und aktiviert dann für vier Wochen eure Vitalität und Lebensfreude und macht Lust auf körperliche Bewegung und auch Erotik. Weiterhin sind eure Chancen, besondere Menschen zu treffen, die einen positiven Einfluss auf euer Leben ausüben, stark erhöht. Allerdings haben wir zwischen dem 20. und 30. Mai heikle Aspekte, die Täuschungen oder Fehleinschätzungen anzeigen. Besonders rund um den Vollmond im Schützen mit der Mondfinsternis am 26. Mai. Bei euch kann das die Geldsituation betreffen. In der Zeit solltet ihr euch mit Finanzspekulationen zurückhalten und neue Investitionen genauestens durchrechnen. Oft hat das auch mit neuen wichtigen Kontakten zu tun, mit denen sich großartige Perspektiven zu entwickeln scheinen. Aber da muss man dann sehr aufpassen, ob die Beteiligten wirklich dasselbe wollen und wie das Ganze finanziell abgesichert ist. Leider können genau die Sachen, die euch Spaß machen und für die ihr euch begeistert, sich als Finanzfalle erweisen. Am 30. Mai wird zudem der Merkur rückläufig und das kann zu weiteren Missverständnissen und Fehleinschätzungen führen. Möglich auch, dass eine unerwartete Reparatur bei euch zu Hause ein Loch ins Portemonnaie reißt. Bei wichtigen Entscheidungen kann es ratsam sein, abzuwarten bis nach dem 22. Juni, wenn der Merkur wieder direktläufig wird. Wenn das nicht möglich ist, nehmt euch genug Zeit, um die Sache zu prüfen und in Gesprächen genau abzuklopfen, ob alle am gleichen Strang ziehen. Dann kann sich daraus am Ende doch noch etwas richtig Gutes entwickeln. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Ihr startet mit angenehmen Aspekten in den Monat, sowohl für die Liebe als auch für euren Spirit. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. Dieses Sternzeichen-Horoskop kann euch wichtige Tendenzen aufzeigen, aber es kann nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Denn die hängen auch von den übrigen Konstellationen eures individuellen Geburtshoroskops ab und das ist bei jedem anders. Wenn ihr da weitere Unterstützung braucht, empfehle ich euch meine schriftlichen PDF-Horoskope. Denn darin werden auch die Aspekte zu euren anderen persönlichen Planeten gedeutet. Die Links zu den PDF-Horoskopen findet ihr unten im Horoskope-Shop in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Und jetzt kommen wir zu euren Sternen im Mai. Fünf Planeten im Stier regen euch an, besonders der unkonventionelle Uranus und die heißblütige Lilith. Die Neugier ist geweckt und ihr habt originelle, inspirierte Gedanken. Noch bis zum 9. Mai steht außerdem die Venus wunderbar für Liebesgeflüster und Liebesbotschaften, Internetflirts und Dating mit Apps. Dabei fühlt ihr euch zu Menschen hingezogen, vor allem Frauen, die irgendwie provozierend und interessant sind. Falls ihr vorhabt, euch im Mai Zeit für die Liebe zu nehmen, wären die ersten neun Tage dafür besonders günstig. Auch beruflich können diese Konstellationen sehr anregend wirken, vor allem wenn ihr mit Wort und Schrift, mit Lehrberufen, Marketing und PR oder auch mit Online-Webinaren zu tun habt. Ob ihr selbst diejenigen seid, die etwas Neues lernen oder ob ihr Kurse gebt. Beides sollte erfolgreich verlaufen und euch stark inspirieren, auch wenn die Umstände möglicherweise immer noch schwierig sind. Die Phase der besonderen Inspiration durch Uranus und Lilith ist längerfristig, aber besonders in der ersten Mai-Hälfte ergeben sich spannende Momente mit interessanten Menschen oder Themen, die zum Handeln auffordern. Und in diesem Bereich fällt auch der neue Mond vom 11. Mai im Stier. Er steht in Verbindung mit Lilith und kann euch anregen, neue Projekte mit ungewöhnlichen Themen oder Menschen zu beginnen, die neue spirituelle oder weibliche Perspektiven eröffnen. Zum Beispiel ein Göttinnen-Seminar oder ein Mentorinnen-Programm. Oder ihr habt Lust, selbst anderen Frauen mit eurer Expertise weiterzuhelfen. Auch eine kurze Reise, falls das dann möglich ist, kann euch wertvolle Impulse geben. Wenn ihr Geschwister habt, beginnt zum Neumond für euch und die Geschwister vielleicht auch etwas Neues. Der Mars im Krebs steht noch den ganzen Monat über günstig für euch und das gibt Schwung und hilft dabei, anstehende Aufgaben anzupacken. Er macht euch aber auch privat lustvoll und verschmust. Deshalb genießt es, wenn ihr einen Lebenspartner oder Partnerin habt. Für alleinstehende Fische lassen sich diese Energien gut durch Sport mit fließenden Bewegungen oder Tanzen Naturerlebnisse oder Kreativsein ausdrücken. Außerdem sind eure Flirtchancen bis Monatsende erhöht. Besonders, wenn ihr auf der Suche nach einem sensiblen männlichen Wesen seid. Im Laufe des Monats verlagert sich die Energie nach und nach auch auf Familien- und Heimatthemen. Noch bis zum Jahresende stehen in eurer Wohn- oder Familiensituation wichtige Entwicklungen an. Das zeigt der Mondknoten. Oft geschieht das durch besondere Menschen, die euren Weg kreuzen und euch bei der Verwirklichung eurer Wünsche und Träume in Bezug auf Wohnen und Familie weiterhelfen. Vielleicht eine Person, durch die ihr euer Traumhaus findet oder lang vermisster Familienbesuch. Oder es ist eine ganz besondere Seele, die in euer Leben tritt, in dem ein Kind oder Enkelkind geboren wird. Das gilt, wie gesagt, noch bis Jahresende, doch im Mai sind diesbezüglich konkrete Ereignisse zu erwarten. Denn am 4. geht der Merkur in die Zwillinge und am 9. Mai die Venus und beide aktivieren dann die Kräfte des Mondknotens und des Kennenlernens. Am 20. Mai abends um 21.37 Uhr kommt auch noch Kraftspenderin Sonne dazu, die dann in die Zwillinge geht. Und auch der Vollmond am 26. Mai spielt dabei eine große Rolle, denn der Mond steht dann im Schützen und wir haben eine Mondfinsternis. Und das alles aktiviert bei euch die Entwicklungsachse. Das heißt, es geht darum, wo ihr herkommt und wo ihr euch verwurzelt fühlt und wo ihr hinstrebt. Und auch darum, wie wichtig es für euch ist, mit den richtigen Leuten am richtigen Ort zu wohnen. Bei all diesen Entwicklungen und Überlegungen sind Ehrlichkeit und Transparenz sehr wichtig. Sowohl euch selbst gegenüber als auch anderen. Denn wir haben zwischen dem 20. und 30. Mai Aspekte, unter denen man Wunsch und Wirklichkeit nicht immer auseinanderhalten kann. Stellt deswegen sicher, dass alle Beteiligten die gleiche Vision von einer Sache haben und am gleichen Strang ziehen. Sonst kann es zu Enttäuschungen kommen, besonders rund um die Mondfinsternis. Missverständnisse können dann monatelange Gefühlsdramen nach sich ziehen. Am 30. Mai wird auch der Merkur im gleichen Bereich rückläufig und Pläne werden vielleicht geändert oder Menschen machen einen Rückzieher. Aber ihr solltet dann nicht sofort enttäuscht aufgeben oder euch aus der Sache zurückziehen. Denn der Mondknoten ist beteiligt und das bedeutet, was im Mai passiert, ist wichtig und kann langfristig auch viel Gutes bringen. Wenn ihr spürt, dass das Potenzial da ist und dass man im Grunde auf einer Wellenlänge liegt oder dass eure Wahl für einen neuen Wohnort die richtige ist, dann lassen sich Unstimmigkeiten auch klären und aus dem Weg räumen. Eventuell dauert das noch bis nach dem 22. Juni, wenn der Merkur wieder direktläufig wird. Im Juni unterstützt euch außerdem ein wundervoller Venus-Aspekt dabei, die richtigen Verbindungen einzugehen und das Richtige zu tun. Gute Nachrichten gibt es auch von Glücksplanet Jupiter. Er macht ab dem 14. Mai einen ersten Schritt in euer Zeichen Fische und zwar bis Ende Juli. Das ist ein sehr erfreulicher und glücksbringender Einfluss. Vor allem die Februar-Fische profitieren wahrscheinlich direkt von günstigen finanziellen oder persönlichen Chancen und Gelegenheiten. Und ihr alle werdet spüren, wie eure Zuversicht wächst und eure Perspektiven sich verbessern. Und hier ist für euch mein Serviceteil mit neuen Terminen und Produkten. Meine Beratungen und PDF-Horoskope findet ihr auf meiner Homepage unter www.antonialangsdorf.com-astroberatung und die ist auch auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nach fast einem Monat Pause habe ich jetzt endlich wieder einen neuen Livestream für euch, und zwar am Samstag, den 24. April um 21 Uhr. Und da geht es um den sinnlichen Vollmond im Skorpion, der voller Erotik und Überraschungen steckt. Außerdem wollen wir über Beltane reden, das Frühlingsfest der Göttin. Der nächste Livestream ist dann für den 10. Mai geplant und Thema ist dann die magische Kraft des Göttinnen-Neumonds im Stier mit Lilith. In meinen Livestreams gibt es immer ein Gewinnspiel und wenn ihr da mitmachen wollt, könnt ihr euch über meine Homepage anmelden. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und lasst mir ein Abo da, dann könnt ihr euch benachrichtigen lassen, sobald ich live gehe. In der Verlosung könnt ihr diesmal ein persönliches Geburtshoroskop gewinnen. Das ist nicht nur schön, um euch über eure persönlichen Planetenkräfte zu informieren, sondern auch wichtig, damit ihr nachlesen könnt, an welchen Positionen eure Planeten, der Aszendent, der Partnerpunkt und das MC stehen. Dann könnt ihr zum Beispiel nachschauen, ob ihr günstige Energien von Jupiter empfangt, wenn der im Mai für zweieinhalb Monate in die Fische geht, oder in welches Haus der Göttinnen-Neumond fällt. An der Verlosung nehmt ihr teil, indem ihr mir hier einen netten und interessanten Kommentar postet und meinen Kanal abonniert. Ich finde es super interessant zu erfahren, wie die Konstellationen in eurem Leben wirken und was ihr euch einfallen lasst, um das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen. Mit einem Kanalabo unterstützt ihr meine Arbeit und habt noch den Vorteil, dass ihr euch automatisch benachrichtigen lassen könnt, wenn ich neue Videos hochlade oder live streame. Und wer in der Verlosung vom Mai gewonnen hat, erfahrt ihr dann im Monatsvideo für den Juni. Hier geht's zum Kanalabo. Im Zusammenhang mit dem Neumond im Mai solltet ihr euch auch nochmal das Video über Lilith im Stier anschauen und über die Bedeutung des Mondknotens in den Zwillingen könnt ihr euch in meinem Video Back to School informieren. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen!